ARD Text im Auftrag von Funk Ach, es geht instant los oder wie? Samstag, 11.22 Uhr. Ich dachte, es kommt doch irgendwie ein Titelbildschirm oder so und ich kann mich begrüßen oder wie. ARD Text im Auftrag von Funk Ach so, es geht wirklich instant los oder wie? Das heißt, ich durfte mich vor dem Projekt gar nicht begrüßen oder so. Cool. Versuchen Sie es langsam, um es zu sehen. Ja, ja, ich weiß schon. Okay, ich weiß schon, wie die Steuerung, die ist weird. Ähm, ja, dann mache ich mal auf Ehre den hier. Peace, Digga. Willkommen zu Heavy Rain. Kurzes Feedback. Ich musste drei Stunden, bevor ich dieses Video aufnehmen konnte. Ja, absolut. Mein Computer an und aus machen und alles installieren und wieder deinstallieren, weil alles gecrasht ist wegen einem Kabel von ColinTM. Grüße gehen raus, dass du meinen Computer kaputt machst. Wir spielen jetzt Heavy Rain auf dem Kanal Kuro, der vorher Let's Play Ananas war. Für alle die, ich tue hier auf Let's Play Ananas oder jetzt Kuro, tue ich kein Infovideo machen. Weil, Peace, Katze, Ehre, da tue ich kein Infovideo machen, weil das Infovideo ist absolut auf Kurumpel verfügbar, meinem Hauptkanal. Und wir alle, die auf Kuro gehen, willkommen so. Mein Hauptkanal ist irgendwo unten verlinkt oder so, das kriegt ihr schon irgendwie mit. Und, äh, ja, ich verstehe jetzt nur nicht, äh, ich verstehe jetzt nur gerade nicht, wie ich mich bewege. So, halten Sie R2 zum Laufen mit dem linken Stick, ändern Sie die Richtung. Ah, alles klar. Aha. Komplett weird. Also, um es klarzustellen, ich habe lange kein Video mehr gemacht und es wird jetzt absolut awkward sein, dass jetzt hier ein Video kommt und nicht auf meinem Hauptkanal. Aber warum ich mich dazu entschlossen habe, wie mache ich das jetzt? Aha. Lol. Warum ich mich dazu entschlossen habe, den vorigen Kanal absolut nochmal zu benutzen. Also, Let's Play Ananas, das habe ich ja im Infovideo. Duschen kann ich auch lieber. Ich komme lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. Okay, dann zieh dich mal an, Digga. Heavy Rain, äh, ist blind. Ich habe absolut keine Ahnung, was mich in diesem Spiel erwarten wird. Habe aber tatsächlich von jeden, wirklich viele YouTuber und so, die sind auch komplett beeindruckt von dem Spiel. Ist auch von Quantum Dream absolut Meisterwerk anscheinend. Ich habe natürlich keine Ahnung, worum es geht. Also, ich weiß grob, was abgehen wird, so. Also, nur die ganz, ganz grob angeschnittene, durchgestrichene Geschichte. Und bereite dein Gesens Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Ehrenfrau an der Stelle. Aber ja, ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Und ich hoffe, dass auch die, also, was heißt ich hoffe, es wird wahrscheinlich so sein, dass die Story mich absolut packen wird, so. Sonst wäre es ja kein Hit. Aber ich mag tatsächlich die Steuerung. Ich habe auch schon gewusst, dass es sich so steuern lässt. Es ist ganz, ganz weird. Sowas, keine Ahnung, das kenne ich. Genau diese komische Steuerung habe ich auch bei Heavy Rain das erste Mal gesehen. Und ich glaube, Heavy Rain hat ja auch das erste Mal sowas eingeführt. Heavy Rain ist ja bei The Wake, glaube ich, auch das allererste interaktive Spiel, was rauskam. Plus Punkt, warum es nochmal ein Hit war. Äh... Ah, jetzt jonglieren wir, oder wie? Krasse Scheiße. Jetzt frage ich mich, wie lange wir jonglieren können, bis wir es verkacken. Das ist wahrscheinlich... Ah, okay, nee, alles gut. Äh, ja gut, leg mal weg wieder. So, es ist auf jeden Fall schon mal... Wir spielen auf jeden Fall schon mal einen sympathischen jungen Mann, so, auf Ehre. Hier scheinen wir im Kinderzimmer zu sein. Wir haben... Ein Kind... Und eine Frau. Also, ein gutes Familienleben, so. Natürlich gucke ich mich überall um. Da auf diesem Kanal Kuru... Wollen wir uns ja... Oh, hier war ich schon drinnen. Auf dem Kanal Kuru wollen wir jetzt ja absolut nicht hetzen. Wir spielen einfach nur auf Lock, auf Lock, auf ganz gediegen und gechillt. Und hier wird es auch keine... Gekarteten Projekte geben. Dafür ist der Hauptkanal verantwortlich. Deswegen können wir uns ja auch über euren umgucken. Natürlich wollen wir nicht dreimal den gleichen Raum laufen, so. Das wäre natürlich auch ganz von Vorteil. Wir wollen duschen gehen, so. Und ich frage mich natürlich absolut, wo das Bad ist. Ist das das Badezimmer? Ah, ja. Okay, perfekt. Äh... Dann putzen wir uns mal die Zähne, so. Muss ich für alles eine Aktion ausführen? Wenn das nicht jetzt die Zähne putzt oder so? Ja, tatsächlich. Ah, jetzt müssen wir schütteln. Ui! Und... Ui! Ich merke schon. Ich hoffe, dass es nicht Passagen gibt, wo ich absolut in der Bewegungssteuerung reinkacke. Ich meine, man muss zugute sagen, dass die Playstation die Bewegungssteuerung besser meistert, als es Nintendo macht. Das ist schon mal ein Fakt, so. Mein Nintendo scheißt ja absolut rein. Ich rede ja nur vom Drift, also... Drift und Joy-Con. Ist ja absolut schrecklich. So, was ist das jetzt? Ah! Einen Rasierer. Warte mal, hä? 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 Sie sollten die Bewegung langsam mit dem rechten Stick ausführen. Aha! Aha! Aha, aha, aha! Was ist denn, wenn ich möchte, dass er sich schneidet, so? Fresher Typ, Digga. Er ist halt am Spitten mit seinem kleinen süßen Mini-Ding. Boah, ich hoffe, das wird echt nicht so kompliziert dann. Es gibt doch safe übelst die hektischen Stellen dann, wo man reinscheißt. Als ob ich mir jetzt merke, in der... in der gedrängten, gestressten Ausnahmesituation, dass man langsam oder schnell handeln muss. WTF? Äh... Jetzt drehen Sie Ihren Kopf. Okay. Hallo? Ah, okay. Cool. Jetzt duschen wir. Geiler Arsch, Digga. Geiler Arsch, Digga. Zum Abtrocknen auch Ich merke schon, jede einzelne Aktion Wird mit Eine Aktion belohnt Oder bestraft oder so Geil Cool, das ging schnell Ich weiß noch absolut nicht, was ich machen soll Wahrscheinlich ist es keine Ahnung Um Kamerawinkel zu wechseln Aha, aha Was war das denn jetzt? Kleidung Ich bin blitzsauber, Zeit nicht anzuziehen Okay Das ist doch wahrscheinlich jetzt Kleiderschrank oder so Hoffe ich Ja, okay, cool Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt alles so So auf Retalk Basis Weiß ich gar nicht, was ich jetzt alles so kommentieren soll Weil hier geht ja absolut gerade nichts ab Das ist ja das schönste Leben, was man gerade leben kann Und er hat ja anscheinend auch übelst das Ehrenhaus am Start Ein süßes Polohemd hat er auch Absolute Ehre So, warte, wie macht man nochmal diese Aktion? Ah Es geht nichts über eine Dusche Ich bin fast wach Ehre Kann ich absolut zum Bestimmen Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen Ich könnte noch arbeiten Ah ja Okay, cool Ah, hier ist eine Treppe, habe ich gar nicht gesehen Und dann steppeln sie mir mal runter Okay, ja Stimmt, wir haben ja den Brief gelesen Ich habe mich gerade gewundert Wir haben den Brief gelesen Geburtstagsfeier Da war ja was Jedes Mal, wenn diese Pfeilaktionen kommen Benutze ich immer diese Touchscreen Weil ich kenne das von Spielen, wo dann so ein Pfeil steht Und musst du immer ein Touchscreen verwenden Hier ist ja absolut ein Touchscreen so Das verwirrt mich Können wir wirklich, können wir auch mit dem Kühlschrank interagieren? Ja, natürlich, Alter Können wir jetzt erstmal was snacken oder so? Ah, tatsächlich Oh, ein hundertprozentiger Orangensaft, Alter Erstmal schön durchschütteln Orange Juice, Alter Da bin ich doch dabei, Mann Alter, übertreibst nicht Warum hustet der jetzt? What the fuck? Äh, hier können wir auch interagieren Man muss halt genau mit dem Stick genau die Aktion ausführen, die da stehen Das ist, äh, ich hoffe wirklich, dass es nicht komplizierter wird Nicht, dass ich später noch ein Maha'ik-Muster, äh, machen muss, Alter Ups, verkackt den Kaffee zu trinken Und wir versuchen es nochmal Nice Cool Alles klar, äh, dann kann jetzt wohl der Tag beginnen Wir sind fresh am Stüßeln Wir sollen ja irgendwo an unser Arbeitstisch oder sowas Aber trotzdem will ich mich ja überall umgucken Wie zum Beispiel hier Ja, komm mal hier, äh Einen Spaß seines Lebens Und ist wahrscheinlich auch noch der größte Skiller, wie man sieht Es ist aber, äh, Real Talk Ein krankes Haus, so Crank Wir können sogar raus in den Garten Rennen können wir nicht zufällig Also ich weiß es nicht Nicht, dass ich wüsste Also wortest du jetzt nicht gesagt Digga, was geht denn bei dem ab? Der, der, der hat ja den Spaß seines Lebens mit dem Spielzeug Guck mal, der hat so einen fetten Garten What the fuck Ich weiß gar nicht, ob Ob sich das jetzt lohnt, hier überall hin und zu gucken, so Ich bezweifle, dass man hier irgendwie mit hinten noch Interagieren kann mit Hochklettern können wir auf jeden Fall nicht Hier ist wahrscheinlich noch was, mit was wir interagieren können Ja Äh, hoch Okay, cool, äh Wir, äh, spielen Krankdecker Ja, kein Plan, ich wollte sagen, wir gehen jetzt einfach mal an den Arbeitstisch oder so Falls wir den finden Ich kenne mich natürlich absolut noch gar nicht in dem Haus aus oder so Aber ich denke, der wird schon sichtbar sein Können wir mit der Fernbedienung interagieren oder so? Ja, wir können uns hinsetzen Äh, wir können aufstehen, aber was ist, wenn ich den hier mache? Ah, dann nehmen wir, dann grabben wir die Fernbedienung Ist doch mal süßer Fernseher Wir sollten absolut an den Tisch gehen und nicht Fernseher gucken, so Ich weiß auch gar nicht, ob das alles hier gerade zeitbegrenzt ist oder so Oder ob erst die Geschichte weiter getriggert wird, wenn wir den Arbeitstisch erreichen, so Nach dem Motto her Aber Mugge können wir natürlich anmachen Ich weiß auch gar nicht, wo der Arbeitstisch ist Wo muss ich denn lang, Alter? Ah, hier geht es noch weiter Ah, das sieht richtig aus Ah, ja Ah Ich, äh, rate mal Ich, äh, behaupte mal, dass er Architekt ist und sich deswegen so eine krasse Bude leisten kann oder wie Gut, dann grabben wir uns jetzt mal einen Stift Hui, eine Linie nach rechts Und nach links Und dann irgendwie so Okay, ich habe es richtig gemacht Ja, okay, Bruder, wenn er Architekt ist Wundert mich nicht, dass alles so heftig ist, Mann Okay, achso, Quicktime Oh nein, es geht Quicktime-Evente Bin ja so scheiße in Quicktime Boah, ich habe es fast verkackt, siehste Also fürs Zeichnen und die Bälle werfen Klingt die Musik Äh Gruselig, dramatisch Ach, wir können weitermalen Ah, das war langsam, ne? Gestrichelt ist langsam Jetzt habe ich es verkackt Kann ich es wegradieren? Ah, ich darf es nochmal versuchen Langsam Okay, perfekt Von oben nach unten, Bruder Ehre Gedrückt halten Okay, gut Oh shit, L1 Man muss einfach mehrere gedrückt Und, Kreis Was geht denn jetzt ab, Alter? Spielen wir jetzt Twister oder wie? Oh shit, ich werde so reinscheißen in dem Spiel Das sehe ich jetzt schon Und ich muss hier teilweise auf den Controller gucken Und ich gebe noch an, ich bin vertraut mit dem Controller So, können wir aufstehen oder sind wir fertig? Ach so, ich bin jetzt einfach aufgestanden Ohne zu gucken, ob wir überhaupt noch weitermachen können Jetzt würde ich aber ganz gerne gucken, ob wir noch weitermachen können Also für mich sieht es schon fast fertig aus Nur weiß ich halt Okay, gut Er radiert Ah, okay Ich verstehe Er radiert Das grobe Skelett weg Das ist logisch Cool, cool Ich meine Und so was Und so eine Zeitschung spittet er einfach mal so Kranker Dude Dürfen wir weitermachen? Ja, dürfen wir Alter, what the fuck Was ist das denn auch irgendwann? Ich meine Wir können auch von mir aus das ganze Video her zeichnen So Aber Können wir weitermachen oder wie? Na wenn, dann würde ich es auch fertigstellen Okay, R1 Aber gut Vielleicht ist es gar nicht so schlecht Es läuft gut mit den Plänen Ich sollte bis Montag fertig sein Vielleicht ist es gar nicht so schlecht Erstmal diese ganzen Zeit Ja, okay, wir sind fertig Vielleicht ist es gar nicht so schlecht Dass wir das gemacht haben so Weil Das macht einen mit der Steuerung halt absolut vertraut Ich glaube, das ist doch ein bisschen so vorhergesehen Wobei Warte mal Ich Vollidiot Ich sage Wir mussten es sogar machen Hey, nicht so wild Ihr werft mich ja um Ah, heute ist der große Tag Bin ich jetzt erwachsen? Zehn Jahre ist noch nicht ganz erwachsen Aber das wird Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten Ah, da kommen die Ehrenpratzke Oh, äh, okay Hui Oh, wir können uns daran dessen bewegen Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Ich bin ganz gut vorangekommen Nur noch ein paar Details Und dann sind wir so weit Dass wir die Pläne den Kunden zeigen können Ich habe noch tausend Sachen zu tun Ich werde nie fertig Bis Jasons Freunde kommen Können wir, können wir gerade nur reden, oder wie? Willst du mir bitte? Ah, die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank Kein Problem Ich mache das schon Ich habe halt Angst, dass ich irgendwas verpasse Zu triggern so Keine Ahnung Ich kann mir das bei so einem Spiel halt saugut vorstellen So, äh Irgendwas mit Wohnzimmer Nur habe ich ja absolut Keine Ahnung Das kann ich mir nicht vorstellen Oder doch Ist es so? Sind wir hier richtig? Okay, krass Die Tür klemmt immer Du musst festziehen Ja, okay Ja, na Zieh halt Danke Nimm mal Das sind aber süße Teller Das ist das Set von meiner Mutter Pass auf, okay? Keine Angst Ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen Ey, jetzt dürfen wir sogar ganz langsam die Teller hinlegen Sollen wir das Als ob Ah, na Oh mein Gott Hey, Ethan Du hast gesagt, du passt auf Tut mir leid Ich passe besser auf Ich hätte ja fast den Teller zerbrochen Weil ich zu dumm bin wie die Steuerung So Ganz behutsam Okay, jetzt Okay, gut Ich habe mich nur am Anfang gewundert Ich dachte, ich habe es falsch getriggert Weil es am Anfang nicht ausgelöst wurde Aber man muss es doch so langsam machen Okay Ach, ist absolut weird bis jetzt noch So Boom Grabben Ich habe das heute noch nicht gesagt, Mrs. Maas Ich finde sie sehr attraktiv Und sie sind auch nicht schlecht, Mr. Maas Wow, wow Ich weiß, was du willst, Esel Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt Schade Ich muss mich um diese Party kümmern Oh shit, ist Ethan horny oder wie? Wir setzen die Unterhaltung später fort Krankes Schwein Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich habe es heute Morgen im Laden gekauft Auch wir hatten Glück, es gab nur noch das eine Äh, ich finde das Wann kommen Jasons Freunde? Äh, so um zwei Gott, ich hoffe, ich behalte sie unter Kontrolle Nicht wie letztes Jahr Ich bin ja komplett überfordert Wenn diese ganzen Optionen hier rumfliegen, Alter Jason ist glücklich Ja Kaum zu glauben, dass er heute 10 wird Mir kommt es so vor, als hätten wir erst gestern in der Schule geflirtet Wir werden alt, Esel Das stimmt Äh, Hilfe Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, danke Ich schaffe das schon alleine Okay, cool Was können wir trotz Was können wir trotz dessen tun, so? Äh Können wir rausgehen? Vielleicht zu den Kindern oder so? Ja, tatsächlich Oh, tatsächlich Wir können wirklich raus Ah, hier sind ja aber nicht die Kinder, oder? Ist ja nicht der Garten Okay, dann versuche ich mal zum Garten zu steppen Vielleicht können wir es ja wirklich machen Weil ich glaube, ich habe gesehen, dass die halt zum Garten gestappt sind, die Boys Also warum nicht hinterher steppeln sie? Okay, die spielen mit den Schwertern Mit dem wir auch vorhin gespielt haben Können wir nicht raus? Ah doch, wir können raus Okay, cool Äh, achso Das war schon offen Hui, ich habe es wieder zugemacht Sag mal Ne, ich will das schon Alter Mach die Schiebetür nicht kaputt, Mann So Cool Was geht denn, Boys? Dann legen wir los Hey, fünf Minuten, okay? Danach müssen wir essen Eure Freunde kommen bald Okay, versprochen, Mama Na, wer ist der Erste? Ich zuerst Nein, ich zuerst Nein, ich zuerst Langsam, Jungs Ihr kommt beide dran Äh Ich zuerst, ich zuerst Ja, let's go Nehmen wir ihn Wer auch immer es ist Ich habe den Namen nicht gelesen Okay, Sean Mach dich bereit Es geht los Hui Ah, jetzt müssen wir sogar Oh Bewegungssteuerung, Leute Ich bin kein großer Fan von Bewegungssteuerung Weil ich einfach Absolut geprägt bin Aber scheint zu funktionieren So Okay, runter mit ihm Und jetzt klapper mir noch den anderen ab Für die Gerechtigkeit hier Okay, Jason Wir machen den Helikopter Ah, also das ist Jason Okay Hui Wow Ethan lächelt aber sweet, Alter Okay Okay Was geht denn jetzt ab? Darf ich mal chillen oder wie? Oh nee Okay Okay, krank, Ethan Krank Wobei die Scheißer dürfen ja nichts wiegen So Danke Danke Oh, es geht jetzt ab Jetzt bist du erledigt Du wirst dir alle deine untarten Bösen Schurke Haha Gib auf, Schwäckling The fuck Oh Shit Quicktime-Evente Du schaust das Ich bin der Sieger Boah, boah Nase kribbelt Alter Ist ja so schwierig Diese Quicktimes Richtig einzuordnen Wenn dazu auch die Richtungen Des Joysticks zählen Aber epischer Kampf, Digga Fühl ich zu 100% Wow Digga Übertreib mal in die Steine Oh Digga Immer noch nicht vorbei Was geht denn hier ab? Ah Okay, cool Wir haben den Jungen brutal aufgeschlitzt Essen ist fertig Kommt ihr rein Oh, jetzt gibt's Hammerhammer Oh, ich kann schon Riechen die Delikatessen Auf maximaler Ehrenbruder Basis Sean Es gibt Essen Ich geh ihn holen Ich geh ihn holen